Untertitelung im Auftrag des ZDF Wir filmen uns auch, oder? Danach weiß ich nicht, was ich danach mache. Unsere 938 steht noch hier. Was heißt unsere 938? Hier steht noch jede Menge Backe. Hier stehen bestimmt noch 20 Stück. Aber ich habe keinen Plan, ob die alle rausgehen oder nicht. Ein paar werden nicht rausgehen. Ein paar werden hier stehen bleiben. Gehe ich mal aus davon. Gucken, was der Tag so bringt. So, bin schon wieder im Hof. Jetzt lade ich das gute Stück hier. Der 938. Der geht nur hoch nach Sembach zu unserem Lagerplatz. Eben den KMC habe ich bei die Bundeswehr gefahren. Da drin filmen. Wahrscheinlich hätte ich können filmen, aber ich habe es nicht gemacht. Schande. Nächste Mal. Ich gehe mal abhängen und dann laden wir das Ding. Ich gehe mal abhängen. Ich gehe abhängen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber warum? Aber warum? Trink ich nicht. Das nur nachts, dass hier keiner durchfällt oder so. Ich bleib mal hier stehen, ich laufe mal davor und gucke mir das mal an, weil ich müsste eigentlich da hinten raus, dann stelle ich den Lader einfach hierher, nach mir die Sintflut. Ich glaube, das mache ich jetzt, ich hänge hier ab. Und dann die Radlader da nebenan. Oh, der ist halt da vorne. So, ich habe leer. Wir waren jetzt eben mal Radladerfahrer und ich, wir sind mal mit dem Bus hier da hinten rausgefahren. Also, man kann doch da hinten durchfahren. Mehr schlechter als recht. Auf der Seite steht da noch ein Fahrzeug. Mehr oder weniger talentfrei. Ich werde mal gucken, ich werde ja wahrscheinlich noch einen Bagger hierher bringen müssen, dass ich mal die Freizeit einfach mal hinter gucken, ob ich da durchkomme oder nicht. Ich weiß nicht, warum man mit so einem Fahrzeug auf die Baustelle fahren muss. Die Karre steht dann auch nachts noch hier, ne? Im Freien. Aber es reicht. Es reicht, alles gut. Mehr Platz als sonst, würde ich beinahe sagen. Ach. 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 So. Also ich habe so das Gefühl, als gehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich stelle das Ding jetzt ab und erhebe und lasse ihn bis April stehen. Also ein bisschen färts zum Schnellschild, aber es war noch ein wenig. Ich bin mir nicht unbedingt, ich bin nicht mehr so auf, das ich mich. Ich bin shoulder, dass ich mich nicht krank habe. Oh ich finde, wenn ich mich nicht kreier, die über dich es zusammenfassen. Kollege von uns, so wie es ausschaut. Hallo. Hallo. jetzt wieder richtung heimat was es gibt weiß ich jetzt nicht tut mir leid ich komme heute gar nicht zum film es ist viertel vor zwei mittlerweile ich steige jetzt aus meinem fahrzeug aus steigen den und fahr damit dann zwei elektromotoren holen und verein man nach sand ingbert und holt noch ein weiteres teil wird mein tag gewesen sein heute so halt ein bisschen ruhiger mit morgen wieder anders denke ich 5 vor 5 bei mir in der halle abends was ich hier noch umstelle und drücke hier erstmal auf pause eingabe fahrer 1 nicht beginnland sondern endeland deutschland eingabe gespeichert ok kann ich meine fahrerkarte drin lassen ja morgen früh mache ich dann dasselbe mit beginnland da muss ich die nicht jeden tag ziehen so morgen weiß ich nicht was es was gibt aber ich denke wir machen hier auch die folge oder wir beenden hier auch die folge vielen dank fürs zusehen ich hoffe es hat euch wieder etwas spaß gemacht noch recht ruhig noch recht langweilig sag ich mal noch noch nicht so viel action draußen bis zur nächsten folge es wird es wird immer besser der transport von 69 kommt immer näher von woche zu woche bis zur nächsten folge bleibt gesund und haut rein bis dann macht gut tschüss